Was ist denn, oder? Bisschen Bombe. Na dann bringen wir uns mal nicht um. Bisschen SPR? Ja. Rette in den Mond. Bisschen. Aber eigentlich könnte es nicht raus machen. Längeln hast du schon. Stark, ich mach es dabei aus. Ich will es nicht zu irgendwas verleiten. Naja, ich merke beim Rausbeschleunigen halt manchmal nervt es. Weil es ja auch den Antrieb blockiert. Achtung, Bandlinger. Ach, scheiße, zwei Porsches hinter uns. Bisschen. Bisschen. Ja, jetzt was er. Er kommt rechtsboven. Das war's. Was er bezig, ey? Ja, ich bin jetzt hier. Bisschen. Bisschen. Jetzt das hier. So, wo kannst du jetzt auch mal rein? Bisschen. Ne, nehmen ganz außen. Ja. Man muss die Verlosen nehmen. Bisschen. 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 Das sieht so feucht aus. Vorhin war ja alles noch mit Laub. Bisschen. 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 Dieser scheiß Überholvorgang hat wohl gerade in die A-Linie schön versaut. Bisschen. 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 Das ist kein einzelner Fotografen, aber man steht hier immer am Foto. Das hier draußen. Bisschen. 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 Das war mir jetzt ein bisschen zu risky. Das war mir jetzt ein bisschen zu sagen. Das war mir jetzt ein bisschen zu sagen. Was macht denn der? Okay. 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 Ich denke, es ist ja egal, dass es vorbei ist. Oh, da waren es die Dinger. Ich brauche noch mehr. Einzige Ahlons von der Rats, oder? Hier, wie es sitzt.